Doppelkleisig. Doppelkleisig. Ich war noch nie in einer Eiche drin. Ich erinnere mich an die Bananen. Das müsste die japanische Faserbahnhande sein. Ach, was weiß ich. Hä? Naja, auf jeden Fall muss die ja hier im Winter stehen. Ja, sicher ist die das. Ich kenne die doch. Genau die ist das. Valro. Cool. Ein riesen Mammutbaum. Okay. Geil. So. Sicherlich. So. 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 Pflanze der Woche, Japan Begonie, Fleischströße, die Venusfliegenfalle, dann eine Art von Sonnentau, ja, hier auch, mit länglichen Blättern. Ach du Schöne, das ist ja, ja, alter ist das geil. Oh, diese Donne. Hilfe. Ah, der berühmte Schwiegermuttersessel. Viel zu geil. Oh, das ist ja, der berühmte Schwiegermuttersessel. Neckeranje. Pelagonia, krass. So, aufgrund von niedrigem Akkustand kann ich jetzt nicht mehr so viel Aufnahmen machen. So, aufgrund von niedrigem Akkustand. Oh. Und das hier ist Pfeffer. Pfefferkörner. Pfeffer. So, da ich noch eine Steckdose gefunden hatte, kann ich jetzt auch noch die Parkeisenbahn filmen etwas. Pfeffer. 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 Vielen Dank.